Ein weißer Mann, der sprach zu mir. Und was er sprach, verrate ich dir. Du bist doch komplett verrückt. Willst du nicht hören, was er gesagt hat? Ich hab im Skript geschrieben, das ist ziemlich lang geworden. Ich schätze mal, es dauert so 40 Minuten oder so. Hab ich bisschen weniger, keine Ahnung. Das Video ist bestimmt echt gut. Nee. Ich muss aber tatsächlich sagen, dass die Kommentare, die ein bisschen weggelaufen, ein bisschen hinterhergelaufen, hab die kurz gehabt und dann nicht weggelaufen. So weißt du das? Da hab ich die gefacken, hab ich die weggelaufen. Das juckt keiner. Also, die Umwelt wird von uns Menschen immer weiter zerstört. Und kein Ende ist in Sicht. Die Politiker, die Macht haben, machen nichts. Ich sag euch, nicht mehr lange. Ja, wir gründen unsere eigene Partei. Wir müssen ihn aufhalten, er ist komplett verrückt geworden. Also ich würd sagen, wir machen das radikaler als alle Umweltparteien. Schnell behalt euch, tötet ihn. Fragt nach einer Lösung für unser ökologisches Problem. Los komm, wir sterben endlich aus. Wir müssen überall an die Macht kommen. Und das ist besser für die Welt. Aha, und das ist legal. Ganz klar. Das sieht nicht so gut aus. Nee. Das sieht nicht so gut aus, sag ich dir. Oh mein Gott. Ah, gleich mag es da Sinn, kurzfristig Schaden zu nehmen, um langfristig länger zu existieren. Das Anthropozän muss zu Ende gehen. Moment, Moment, Moment. Können wir noch mal einen Schritt zurück gehen? Ich verstehe es nicht. Hihihi. Haha. Also entweder sind wir Nazis mit Peder vor. Oder eine organische Bösigkeit, die sich nicht mit Wasser angeschön lässt. Er will die Menschheit ausrotten. Wir müssen ihn aufhalten. Nächste Woche kommt der Style Online. Oder kannst du jetzt hier klicken? Lass doch mal ein Abo da. Bis nächste Woche. So, hier ist ein M-Beit. Schreiben noch zu.